Neue Runde, neues Glück. Mit mir, dem David und dem Allo. Hallo, ja, hallo. Und mal ohne, dass einer labert. Noch. Noch, das geht ja weiter. Da sind Vögel. Oh, nice. Die sind ja groß. Die sind ja viel kleiner aus. Oh, sag das doch. Oh, der hat ein Schild. Oh, ich hab Vögel. Oh, die Vögel haben eher mich. Das ist so die typische Borderlands-Piecheu hier. Ein paar Granaden geworfen. Alter. Sechs Fücher. Echt irre. Man, man, man. Man, 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 man. Nicht schlecht. Ich zermartere mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamant-Pony ein. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirnen nennen. Pissbirnen. Aber es ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit... Arschgaul. Nee, das ist... Arschgaul? Ich glaube, ich denk noch etwas drüber nach. Was hast du gemacht? Ich komm und rette dich! Moment! Danke! Boah, jetzt bin ich fast da. Ich glaub, jetzt nehm ich mir nachher mal einen Nahkampfer. Ja, irgendwie das schießen ist mir auch... Ich glaube ich hab alle. Von oben kommen wir hier. Hat auch Slow jetzt hier. Gibt's denn auch Nahkämpfer? Ja, ne? Ich meine, ich bin Nahkämpfer. Ich meine, ich krieg schwer so ein schönes Katana oder so. Das wär natürlich schön. Das wäre herrlich, das wäre super. Noch 33, wär cool wenn wir mal hier ein bisschen Pelz finden würden. Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd, nur dass es eben aus... Wuh, 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 sie kommen schon wieder. Ich komm hier nicht runter, ich ging fest. Oh, sag hallo! Aua! Aschgaul sagt hallo! Aschgaul sagt hallo! Aschgaul, das... Oh man! Sehr vielen Dank! Bitteschön! Oh, du bist auch fast down. Ich? Ja, geht! Geht noch! Bitteschön, was Luft hab ich noch. Bitte tp, bitte tp. Ein nur Geld. Das ist zu dumm! Was? Eieieieieieie. Ich ahne böse! Ich ahne ganz böse! Boom! End his brother! Ja! Rassi! Ähh... Dicke Bär da? Komm, in zweitem Weltkrieg. Boah. Boah. Okay. Sollte mich irgendwo... Oh, da kommst du zu Besuch, glaube ich. Hier ist der denn da weg gerade. Boah, der hat nur die Panzer. Ach, das ist sein Bruder. Alter. Jawohl. Oh, schott, 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 schott. Auf, nehm, auf, nehm, auf, nehm, auf, nehm hier. Ich freue mich, alles klar. Alter, wie viel Gemme die Snipern macht, das ist ja echt... Wollen wir sie hin? Oh, der hat nen Jetpack. Oh, oh. Oh, shit. Zack, Headshot. Was hat er ausgespuckt? Weiß ich nicht. Hab ich nicht verstanden. Ich war eben so konzentriert hier irgendwie. Granaten, ja, ja. Granaten, ja, ja. So viele Granaten? Nicht schlecht. Aber ich hab auch einen Fall. Aber die fliegen immer nur hoch. Richterste das gerade mal? Wie sind denn meine Granaten? Moment. Okay. Sieht eher aus wie ein Feuerwerk mit Granaten. Ja, es ist Borderlands. Alles klar. Borderlande. 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 Lanze, Borderlanze. Lanze? Okay. Hier ist noch ein Cooltron oder was? Ja. Ja, nehm ihn. Zählt ja für uns. Ein Klo. Ein Klo. Ein Klo. Oh, Skillpunkte haben wir einen. Schnell kaputtschießen. Was? Wo, hä? Schau gut, schau gut. Ich bin einmal hier am Skillpunkt verteilen wollen. Oh ja, das mach ich auch mal. Muckis. Ich glaube den ersten Skillpunkt musst du ihn erst da oben machen, ne? Ah, Schild habe ich es jetzt gemacht. Das wollte ich doch noch gar nicht. Shit. Was ist denn überhaupt Täuschung? Drücke F um ein zwei Läufe zu ziehen und die Puppen anzulassen. Beim Ganserken erhältst du sofort 50% deiner Gesundheit an der Schadensreduzierung. Alter, wenn ich das anmache, kriege ich 650% auf Nahkampfschaden. Guck mal, zweite Waffe. Nett. Uh. Wie ein Sniper und eine Uzi, oder was? Ja. Ich lade schneller nach. Ich regeneriere Munition und Leben. Uuuuh. Alter. Na, Fumper. Du benutzt immer dieses eine S-Wort. Darf ich nicht? Du sagst immer Lauf. Ach so. Oh ne leil. Du musst das Tor zerschießen und hörst davon. Oh, schieß mal weiter bitte. Da kommen Gegner. Danke. Danke. Kann ich gar nicht treffen damit. Ja, nee, nee, nee. Wie wirst du noch mit retten? Ja, ich musste erst ein paar wegschießen, weil da kam echt viel. Ja. Keine Panik. Teufel auf! Ach so, alles gut. Oh, wir verpugeln ihn. Verkloppen den Jungen. Du bist die goldigen Glieder der Wurst. Stummel! Verkloppen! Wir teilen es! Ey, meine Waffe ist so schlecht und so schwach. Das geht gar nicht. Da gehe ich lieber in Nahkampf, ehrlich. Meine Narbe ist deutlich daneben geklungen. Zerkloppte lieber, als dass ich irgendwie schieße, weil es mir mehr bringt. Ja, die Waffen sind echt irgendwie... Sehr low, die waren... Irgendwie schon. Ohne Claptrap ein. Hey, was sagt man das? Hey! Der war schlecht. Ja, der war gut, ne? Ja. Vielleicht hab ich versucht, vor dem Schockfrust auf Captain Flints Schiff eine Meuterei anzuzetteln. Was erklärt, warum seine Männer mich oben in Verprügeln? Stimmt's, Leute? Schnauze! Okay! Ich bin vollkommen in der Schlage. Ich bin vollkommen in der Schlage. Aber ich höre schon mit der Flüpfiger oder was ist das? Oh ja. Ich bin schon da hinten. Ne, ich bin hinter dir. Achso. Aber sie schießt doch einer, deswegen. Ja, keine Ahnung. Ach, halt einer von denen. Zack. Ich bin vollkommen in der Schlage. Ja, ich kann eh nichts mehr. Hm, lecker Fisch. Da Fisch mich. Fisch dich. Eh, der ist schön auch. Was für ne Waffe? Ohne Einzelschusswaffe. Okay. Da hab ich ne Mengen Munition mit. Komm wir mal. Hier liegt doch überall was. Ja, das ist echt krass, ne? Jede Kiste, jeden Mülleimer, alles kanns auch machen. Ich muss sagen, der kleine Schrothaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Was sprüht denn ein Feuer? Ja, da oben. Oh, dieses Sniper nachzuladen ist echt hart, ey. Ja, dauert ein bisschen. Ja. Aber man kann sagen, was man will. Man muss ein bisschen Skill anwenden. Ja, ja. Der ist noch nicht so hoch, aber wir haben es ja noch nie gespielt. Also ich hab das hier noch nie gespielt. Ich hab's kurz angespielt, mehr aber auch nicht. So weit war ich noch nicht zum Beispiel. Alter Falter. Was machen die für'n Schaden? Ich suche doch noch ne Granate hier auf mich. Na klar. Ich mag die Granaten nicht, weil irgendwie treffen die nicht. Oh, ich hab ein anderer geworfen. Schieß weiter. Alter, Mann, das gibt's noch nicht. Zwei Schüsse und ich bin weg? Ich bin ein Ganserge-Mensch. Halte. Was denn? Liegst du schon wieder? Nein. Liegst du schon wieder? Ja, ja, ja. Das hätte ich... So, jetzt hier. Nein, nein. Gibt gar nicht so wenig Eglang hier, was? Level up! Boah, das ist ein harter. So. 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 Wie habt ihr denn da mit Grennets auf mich? Zieh! Zieh! Die Musik, ja. Die Musik gerade hier. Oh, ja. Viel, viel zu laut. Oh, ja. Ich mach das mal ganz schnell leise. Oh, ja. Das ist einfach... Das ist bei mir alles zu laut hier, ey. So. Das hältst du ja nicht aus in der Rübe. Alter. Ich krieg... Macht mir jetzt schon wieder viel Spaß. Wolf, sagst du? Mann, 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 Mann. Vor allem dieses Treffer-Feedback. Du hast ein Fadenkreuz. Das geht über die halbe Karte. Das bringt mir noch nichts. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich will ein Fadenkreuz. Da, wo es hingehört, in der Mitte. Und ab geht's. Oh, da lag ne alte Pizza. Kann noch mehr. Los Pizza. Los Voros. Was war das? Los Voros. Los Voros. Los Voros. Oh, da drüben sind welche. Nur eine Frage, Mr. Flint. Ich bin immer noch Captain Flint. Der hat mich Opfer, denn damit. Glatter Headshot und nicht kritisch. ich glaube wir haben alle noch wahrscheinlich du gehst doch immer mal ran hier ist eine fette schrofflinte jetzt ganze erken das ist sowieso das was ich brauche er landet sich als nachland eine waffe verschafft ihr kurzzeitig ein bums auf die feuerr hatte er toll und granatenschaden ich guck mal was gibt es denn es besteht die chance dass deine schüsse keine munition kosten je niedriger deine gesundheit und schildert desto größer deine chance auf gratis munition ok also ich kann übrigens entweder den nahkämpfer machen oder den sniper und so was hast lust eigentlich bist du ja der nahkämpfer der der vorne drin rumschwirrt ja eigentlich bin ich nicht mehr von der 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 auf der fresse kriegen soll leider ja erhöht deine gesundheit und gibt dir eine geringere gesundheit zu integration das kräfte schon gut das nehmen wir machen dann gehe ich mal voll auf so vorne ein bisschen reingehen bin ich mister assassin sniper typ kann jetzt weiter rein und meine stabilität beim schießen ist viel höher also können wir hier mal verkaufen hier an dem gerät steht sie müssen verkaufen zeichen wo ist er hier ist nichts hier ist nichts innen drinnen kommen wir hier irgendwo rein ist noch eine kiste hm ich weiß nicht eigentlich ich bin voll ich kann keine waffen aufnehmen ja ich habe zum beispiel die hier sehr effektiv gegen fleisch in dem ruf kann ich bin auch voll auch eine sniper braucht eine pistole ein speicher punkt mann nie mann nie gegner gegner ich wollte gerade headshotten oh aber er ist irgendwie der nächste oh das ist ein bad ass bad ass marula zack kopf zack kopf 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 immer noch kopf 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 markbare klinik ist immer gut ich bin verkaufen okay Dann guck ich mal eben, was die Schilder mir hier sagen. Ähm, Schilder, Schilder, oh ich hab ein neues. Nein. Genau. So. So. Wollen wir mal aufnehmen, weil das Zeug hält. Oh, was war das? Irgendwas aufgenommen. Ach, schon wieder so ein Schmutz. Das ist eine Slippery Ruthle für dich. Oh, echt? Hier, da. Cool. Na, er hängt ja aus. Die ist sogar schlechter wie meine. Er hängt auch sehr gut aus. Und TADADADA!!! Beeißt du ernsthaft, die arme Leiche, die an der Dartscheibe klebt? Nö. Okay. Aufschlag! Du und Clappy werden für immer unsere Lieblingsfolteropfer und dafür lassen wir euch leben! Überlegt es euch! Lasst euch Zeit! Lasst euch Zeit! Das machen wir! warum sind hier keine gegner es passt doch nicht mehr kommen lassen er schaut nur die konnte der toll ausgelöst hat super dank dir stehe ich hier unter einem geschuss aber du stehst da oben ja die ein es steht denn so rum ich nicht alter hört einfach irgendwann aufzuladen Was heißt hier Untertan? Schöne Waffe, Kettensäge hier drin. So. Ja, 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 ja. So, eben wieder hoch, ne? Finde Flint. Finde Flint? Da hoch. Das ist nicht gut, dass der uns Untertan nimmt. Boah, da hab ich mal eine gegeben. Da kannst du hier schießen, wie du willst, aber... Ach, der sitzt schon mit dem Schild, oder? Der hilft noch, oder was? Ach, jetzt hab ich mal Modus akzeptiert, das wollte ich doch gar nicht. Ja, shit. Bist du das ja so rumbrüllt? Ich glaube ja. Ich hoffe ja, dass ich das rumbrille, weil ich bin der Brüller. Ich bin doch Brüller, ich bin der, ich bin der Böller. Herr Müller? Herr Müller, ich bin Herr Müller. Ich hab voll viel Geld, ich hab noch nie was gekauft. Ich kann keine Treppen steigen. Wir müssen irgendwie alles drauf kommen. Oh, ein Zahn! Finde die Steuerung! Mach ich! Gucken wir mal. Ich guck erstmal hier im Klo, da ist Geld drin, logischerweise. Da haben sie noch die Nütten bezahlt. Oh, da ist eine. Mach ich mal gleich mit Sniper hier. Nein! Ähm... Oh! Oh noch mehr. Von links. 1 rekt die Sniper sind schon recht nett oder? die sind überdimensional stark für dich im Vergleich zu den anderen Nödel Waffen hier sind echt low ich meine du machst mit am Boss habe ich eben 400 der Mensch gemacht 497 ich ja vorhin schon das ist ein bisschen hart ich habe hier gerade was grünes aufgenommen was grünes? was grünes hohe Chance auf Elementareffekt hört sich nice an ja nicht bis die Sniper-Wivel so scheißen schwach ist das nervt mir ein bisschen die normale Pistole der normale MG ist so schwach das ist doch kein Sniper das ist ne Schrotze weiß ich nicht da steht Sniper dran aber es ist ne Schrotze naja gut hihihi 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 ich werde pushen den Button irgendwo da unten boah erstmal hardcore runterjumpen da unten? ne oben hihihi 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 das verstehe ich nicht das verstehe ich nicht wenn wir jetzt mal die Schrotze rein wenn wir da hoch gehen wollen wir sonst an der Stelle kurz ein Brötchen machen? ja bitte gerne kommst du zu mir wir sagen schnell tschüss und bis zur nächsten Folge bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann